Hallo, mein Name ist Dylan und ich habe eine verrückte, herzerreißende Geschichte. Aber ich überlasse es euch, das zu beurteilen. Bevor ich beginne, drück bitte den Gefällt mir und Abonnieren Button und vergesst nicht die Benachrichtigungsglocke für weitere tolle Geschichten zu aktivieren. Ich bin 17 und lebe da alleine mit meiner Mutter, seit ich 7 Jahre alt war, weil meine Eltern sich getrennt haben. Ich erinnere mich, dass wir eine wirklich glückliche Familie waren und dann packte mein Vater eines Tages seine Koffer und ging. Ich habe überhaupt nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Er hat mich nicht einmal angerufen oder mir Geburtstagskarten geschickt. Ich weiß, dass man sagt, dass Jungs ihre Emotionen verstecken sollen, aber ich konnte es nicht. Das machte mich wirklich traurig und ich weinte und verbrachte viel Zeit allein in meinem Zimmer. Dann, an einem Weihnachten, bekam ich von meiner Mutter ein Tortendekorationsset geschenkt. Man könnte meinen, dass ein Junge sich nicht über so ein Geschenk freuen würde, aber ich war so begeistert. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, die Backsendungen im Fernsehen zu schauen. Und im Alter von 10 Jahren konnte ich bereits viele verschiedene Arten von Kuchen backen. Sie schmecken besser als alles, was man in einer Bäckerei kaufen konnte. Aber ich will nicht prahlen. Nachdem ich mein Dekorationskit bekommen hatte, verbrachte ich Tage damit, verschiedene Tortendekorationsmusse zu lernen. Ich hatte so viel Spaß. Backen und Dekorieren waren die einzige Dinge, durch die ich mich in meinem Leben besser fühlte. Später sahen die Dinge für mich besser aus. Als ich 15 Jahre alt war, ging ich auf die Highschool wie jede normale Teenager. Aber ich hatte einen Teilzeitjob in einem Restaurant. Ich war eine Art Praktikant und musste dem Konditor folgen und lernen, was er tat. Ich brauchte das für meinen Lebenslauf, weil ich mich für ein Stipendium an einer der besten Konditorenschule des Landes beworben hatte. Wenn ich es schaffen würde, könnte ich die Highschool früher verlassen und direkt dorthin gehen. Wenn ich die Schule verließ, wäre ich ein qualifizierender Konditor und könnte mein Leben damit verbringen, das zu tun, was ich am meisten liebe. Meine Mutter und ich hatten auch eine tolle Beziehung zueinander. Es war fast so, als ob sie meine Schwester wäre. Wir konnten über alles lachen und als ich älter wurde, haben wir immer gelacht und uns gegenseitig Streiche gespielt. Ich liebte es, ihre Streiche zu spielen, sie aufzunehmen und ihre Reaktion auf meinen YouTube-Kanal hochzuladen. Eines Abends kam ich vor ihr von der Arbeit nach Hause und ich dachte mir den perfekten Streich aus. Ich baute die Kamera am Wohnzimmer auf und wartete, bis sie nach Hause kam. Sobald sie durch die Tür kam, sagte ich, Mom, bitte reg dich nicht auf. Ich habe eine sehr beunruhigende Nachricht. Was ist denn los, Schatz? fragte sie und sah besorgt aus. Es geht um meine Freundin. Ich glaube, sie ist schwanger, antwortete ich. Sie kurchte. Aber Dylan, du hast doch gar keine Freundin. Habe ich doch. Ich habe dir nur nie von ihr erzählt. Wir gehen jetzt seit ungefähr sechs Monaten miteinander aus, erwiderte ich. Sechs Monaten? Und du hast sie schon geschwängert? Ich dachte, ich hätte dich besser erzogen als das, schrie sie. Sie zog ihre Schuhe aus und begann mir auf den Kopf zu schlagen. Mom, Mom, es ist nur ein Streich. Ich habe keine Freundin, sagte ich und wir lachten beide, bis wir weinten. Das war ein Hit bei meinen Abonnenten. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich wirklich glücklich war. Etwa einen Monat später wendete sich das Blatt zum Schlechten. Eines Abends arbeitete ich bis spät in die Nacht im Restaurant und mein Chef kam mit einem strengen Gesichtsausdruck herein. Da ist jemand für dich am Telefon, sagte er. Er sah verärgert aus, weil wir keine Anrufe auf dem Firmentelefon entgegennehmen durften. Ich fragte mich, warum diese Person nicht stattdessen einfach meine Handynummer wählte. Ich wusch mir die Hände und ging zum Hörer. Hallo, sagte ich. Wir haben deine Mutter, sagte eine schroffe Mannstimme am anderen Ende. Was soll das heißen, fragte ich. Wir werden ihr etwas antun, wenn du nicht bald kommst, sagte er. Was wollt ihr von mir? Wo sind sie, fragte ich. Er gab mir eine Adresse, die zwei Blocks entfernt war und erendete mich daran, dass er meine Mutter etwas antun würde, wenn ich nicht schnell genug dorthin käme. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken und mein Herz raste. Ich hatte bereits meinen Vater verloren und ich konnte mir nicht vorstellen, auch noch meine Mutter zu verlieren. Ich sagte nichts zu meinem Chef und rannte aus dem Restaurant, bis ich die Adresse erreichte, die mir der Mann am Telefon genannt hatte. Ich schaute mich um und sah niemanden. Die Straße war frei und ich stand nur vor einem seltsamen Tor. Plötzlich öffnete sie sich und ein alter Mann in einem dreiteiligen Anzug kam heraus. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich erhob meine Faust und schlug auf ihn ein. Wo ist meine Mutter, schrie ich, als der Mann vor Schmerzen zu Boden fiel. Dann kam eine Frau aus der Tür und begann zu schreien. Meine Opa, mein Großvater, was haben sie mit ihm gemacht? Ich werde sie dafür verhaften lassen. Ich rufe die Polizei, sagte sie. Mir wurde klar, dass ich einen großen Fehler begangen hatte und ich fragte mich, ob ich zur falschen Adresse gegangen war. Ich konnte nichts anderes tun, als so schnell wie möglich zu rennen. Ich rannte und rannte bis zu meiner Haustür. Ich öffnete schnell die Tür und schloss sie hinter mir. Ich schaute mich im Wohnzimmer um und meine Mutter saß da und sah seelenruhig fern. Mom, du bist in Sicherheit. Ich habe mich so erschrocken. Was machst du denn hier? Haben sie dich gehen lassen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht, sagte ich, während ich zitterte. Haha, ich habe mich für den blöden Schwangerschaftsstreich revanchiert, den du abgezogen hast. Guck mal, ich habe diese coole Stimmveränderungs-App heruntergeladen, lachte sie, während sie ihr Handy herauszog. Sie lachte eine Zeit lang, bis sie merkte, dass ich nicht lachte. In der Tat glaube ich, dass ich ziemlich erschrocken auch sah. Was ist denn los, Schatz? Es war doch nur ein kleiner Streich. Warum siehst du so am Boden zerstört aus, fragte sie. Ich glaube, ich habe einen alten Mann umgebracht, schrie ich. Ein paar Augenblicke später klopfte es laut an der Tür. Meine Mutter öffnete sie und zwei Polizisten kamen herein. Sie wurden von der Enkelin des alten Mannes begleitet. Ist er das, fragte einer der Polizisten. Ja, das ist er, sagte sie. Ich weiß gar nicht, wie sie mich so schnell finden konnten. Ich wurde weggefahren und weil ich zu jung war, um ins Gefängnis zu gehen, verbrachte ich die Nacht in einer Jugendstrafanstalt. Sie sagten mir, dass ich in ein paar Tagen vor Gericht gehen müsste. Ich weiß, dass meine Mutter, während ich dort drin war, versuchte zu erklären, dass es alles ein Missverständnis gewesen sei. Sie durfte mich einmal vor dem Gerichtstermin besuchen. Im Gericht erfuhr ich, dass der alte Mann nicht gestorben war und dass er in einem stabilen Zustand war. Das war eine Erleichterung. Allerdings würden wir alle Arztrechnungen bezahlen müssen. Der Richter entschied, dass ich versuchten Mord begangen hatte. Sie akzeptierten nicht, dass es sich um ein einfaches Missverständnis aus einem schiefgegangenen Streich handelte. Tage später wurde ich in eine sichere Jugendstrafanstalt verlegt und man sagte mir, dass ich dort ein Jahr lang bleiben müsse. Ich sah, wie alle meine Träume vor meinen Augen zerfielen. Mit einer Vorstrafe würde ich niemals ein Schipendium bekommen und meine Mutter könnte es sich nicht leisten, mich auf eine Kochschule zu schicken, nachdem sie alle Arztrechnungen des alten Mannes bezahlt hatte. Diese Jugendstrafanstalt war schlimmer als die letzte. Die Jungs da drinnen waren hart und sie saßen dort für sehr schwere Verbrechen ein, wie bewaffneten Raubüberfall, Waffenbesitz und sogar Mord. Ich glaube, ich passte überhaupt nicht hinein und innerhalb der ersten Tage wurde ich schrecklich behandelt. Ich geriet sogar in eine Schlägerei und das passierte folgendermaßen. Ich saß eines Morgens in der Cafeteria und aß ein furchtbares Frühstück. Es war Toast und wieder irgendeine breige Substanz. Ein Typ namens Hayden kam und setzte sich neben mich. Hey, warum überlässt du mir nicht das Essen, sagte er. Du hast dein eigenes, antwortete ich. Er fing an zu lachen und rief dann seinen Freund Brandon herbei. Du glaubst also, du kannst uns sagen, was du willst? Wir haben hier das Sagen, weißt du, sagte er, während er mein Tablett auf den Boden warf. Wir gerieten in einen riesigen Streit und während ich mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt wurde, hörte und spürte ich, wie jemand die Jungs von mir schubste. Ich dachte, es wäre einer der Werte, aber es war keiner. Tatsächlich weiß ich nicht einmal, wo die Werte waren und warum sie nicht ein Auge auf uns geworfen haben. Geht es dir gut? Hörte ich eine Stimme sagen und ich rollte mich auf den Rücken. Es war ein Typ namens Jose. Ich hatte schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, aber wir waren keine Freunde. Ich weiß nicht, warum er beschloss, mich an diesem Tag zu retten, aber ich bin dankbar, dass er es tat. Wisst ihr, Jose war Teil einer der gefährlichsten Gangs in unserem Staat. Als er verhaftet wurde, legte sich niemand hier mit ihm an, weil sie Angst hatten. Alles, was Jose tun musste, war ein Telefonanruf, um das Leben von jemandem komplett auf den Kopf zu stellen. Nach diesem Tag nahm er mich sozusagen unter seine Fetische. Es waren noch zwei andere Mitglieder seiner Gang im selben Zentrum wie wir. Wir hielten zusammen und konnten uns gegenseitig beschützen. Es war ein hartes Jahr, aber sie haben es definitiv leichter gemacht. Jose und ich wurden zur gleichen Zeit entlassen. Ich war erleichtert, denn das bedeutete, dass ich wenigstens einen Freund da draußen haben würde. Auch wenn ich frei war, war das Leben schwierig. Ich konnte meinen Job im Restaurant nicht zurückbekommen und ich hatte mein Stipendiumsmöglichkeit verloren. Ich wollte nicht wieder zur Schule gehen, also habe ich versucht, einen Job zu finden, um zu Hause zu helfen. Meine Mutter ging es nicht besonders gut und sie konnte kaum die Rechnung und die Miete zahlen. Es gelang mir, einen Job als Regaleinräumer in einem kleinen Supermarkt zu finden, aber ich verdiente nicht viel Geld. Dann, eines Tages nach der Arbeit, rief Jose mich an und fragte mich, ob ich etwas mit ihm unternehmen wolle. Ich stimme zu und suchte ihnen seine Nachbarschaft auf. Er saß auf der Motorhaube eines Autos vor einem kleinen Haus. Es standen mindestens zehn Mitglieder seiner Gang herum. Hey, ist es so lange her? Wie ist es dir ergangen, Mann? fragte er, während ein Stapel 100-Dollar-Scheine zählte. Wow, wo hast du das alles her? fragte ich. Naja, ich werde mir nicht so einen blöden Job wie du suchen. Mein Lebensstil bringt viel mehr ein. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht erwischt werde, lachte er. Er erklärte, dass sein Lebensstil zwar nicht der beste war, aber er ernährte seine Familie und schickte alle seine Geschwister zur Schule. Warum gibst du deinen Job nicht auf und kommst zu mir? Ich zeige dir, wie es läuft, sagte er. Hm, da bin ich mir nicht so sicher, antwortete ich. Du wirst in einer Woche über 1000 Dollar verdienen. Ich verspreche es, antwortete er. Ich beschloss, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich war es leid, ein trauriges, erbärmliches Leben zu führen. Ich dachte, dass ich vielleicht eine Zeit lang illegale Dinge tun und Geld sparen könnte, um eine Kochschule zu besuchen. Wenn ich dann einen ehrlichen Job hatte, könnte ich mein Bestes geben, um alles wieder gut zu machen, was ich falsch gemacht hatte. Okay, ich bin dabei, sagte ich. Seitdem wurde ich in Hosis Gang eingeweiht. Mein erster Auftrag war es, mit zwei anderen Mitgliedern der Bande einen Lebensmittelladen auszurauben. Es war aufregend, weil wir alle Masken trugen und ich mich wie in einem Film fühlte. Da wurde mir klar, dass ich einen Nervenkitzel dabei empfand, solche Verbrechen zu begehen. Ich habe mein Bestes gegeben, um niemanden zu verletzen. Und es hat mir Spaß gemacht, danach das Geld zu zählen. Ich habe schon eine Menge Geld gespart und manchmal bin ich nicht so begeistert von dem Leben, das ich jetzt führe. Es ist unehrlich. Niemand beschließt jemals, dass er ein Krimineller werden will. Aber mein trauriges Leben hatte mich genau in diese Richtung geschickt. Ich kann nicht glauben, dass alles mit einem Telefonanruf begann. Ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, damit aufzuhören. Und ich werde es all denen zurückgeben, die ich bestohlen habe. Ich hoffe nur, dass sie in der Lage sein werden, mir zu verzeihen.